Guten Morgen von der Kind und Jugend hier in Köln. Wir sind jetzt kurz vorm Start. Sie hat gerade angefangen die Messe. Herzlichen Gruß von hier. Wir haben wieder ganz viele neue Taschen und andere Neuheiten dabei. Unter anderem meine Lieblingstasche aus der Neuheitenkollektion ist die Mix & Match mit einem Gitarrengurt. Den gibt es in zwei verschiedenen Farben, aber der gefällt mir jetzt sehr gut. Er ist sehr auffällig zu tragen, kann natürlich verstellt werden und es ist meine Lieblingstasche.